Gerade eben ist es komplett released worden. Das neue DLC steht fest. Als DLC bekommen wir einen Labrador Red River. Wie wir alle schon geahnt haben, wird es ein Hund. Doch es ist nicht nur irgendein Hund, sondern im Clip zeigen die schon, wie dieser eure Beute, zum Beispiel Enten, Gänse und so weiter, zu euch bringt. Wann das DLC rauskommt, ist auch jetzt bekannt und zwar am 28. November. Deshalb streicht euch den Rot an.